Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schoki Banoki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Ich bin der Saschi und das ist der Mark Hagenbeck und wir reden heute über den 7. Mai. Am 7. Mai Geburtstag hatte Carmen Thomas oder hat Carmen Thomas. Und, Carmen Thomas kennst du? Ja, das war eine deutsche Sportjournalistin, soweit ich das weiß. Und zwar war das die erste, warte mal, jetzt gleich. Und zwar war das ja die erste Frau, die in der Sportschau moderiert hat. Und was hast du gesagt? Was ist ihr bekanntester Satz? Schönen guten Abend. Nee, nicht schönen guten Abend. Sie hat irgendwie was erzählt von Schalke 05. Das war die. Ach so. Genau. Schalke 05 gegen FC Lüttich. Hat sie was Schlimmes gesagt über Schalke 05 oder was? Nein? Der hat ja überhaupt keine Ahnung. Ich bin Künstler. Leute, der Mark Hagenbeck. Ich bin nur Deutschland. Hat null Ahnung. Egal. Ja, Schalke 05 ist komplett falsch. Das weiß jeder Fußballfan, weil es heißt Schalke 04. Ach, meine ich doch. Habe ich 05 gesagt? Naja, sie hat 05 gesagt und du hast gefragt, ist da 05 irgendwas Falsches? Ja, das ist dir nicht. Ah, ja, mehr Kulpa. Ja, ja, genau. Und am 7. Mai 1995 wird in Frankreich Jacques Chirac Präsident der Republik. Ja, also wird gewählt. Genau, das ist Jacques Chirac. Ja. Jacques Chianorac, sagt man ja auch. Jacques Chianorac, ja. Ja, genau. Und was war noch am 7. Mai? Am 7. Mai 1919 ist Evita Perron gestorben. Evita Perron? Evita Perron. Eigentlich Eva Maria Perron, eigentlich politische Politikerin in Los Toros. Geboren ist sie. Gestorben ist sie am 26. Juli. Und am 7. Mai 1919 ist sie geboren. Mach mal Evita Perron. Richtig. Da ist er. Da ist er. Genau. Genau. Wer kennt nicht das Lied Don't Try For Me Argentina? Ja, aber das war Madonna. Aber es ging um Evita Perron. Ja, ja, es ging um Evita Perron, genau. Aber das hat Madonna gesungen. Machen wir doch einfach weiter. Ja, genau. Und 1945, was war da? Durch die Unterzeichnung der deutschen bedingungslosen Kabilitation in Reims endete der Zweite Weltkrieg. Nicht da, sondern da. Da, guck mal. Ja, genau. Das war am 7. Mai 1945. Jawohl. Genau. Das war die heutige Sendung Daily. Deine tagesloses Angeberwissen mit dem Angeberwissen, also hier, was am 7. Mai alles passiert ist. Könnt ihr jetzt rausgehen und könnt ein bisschen angeben. Morgen sehen wir uns wieder am 8. Mai. Am 8. Mai. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi Kofsky. Tschüssi Kofsky. Untertitelung des ZDF, 2020